Der macht wirklich auf? Okay. Tatsächlich, oder? Okay, also ich guck mir jetzt gleich die Lockbox an. Manni, ist das deine Chance? Er kann's ihn vergewaltigen. Jetzt kannst du ihn vergewaltigen. Okay, nice. Open the safe. Geh immer weg, damit der safe offen kann. Geh vorne weg, damit der safe offen kann. Open the safe, man. Open the lockbox. It's not open, man. It is open, man. Okay, wait. Pass auf, dass er irgendwas rausgenommen hat. Ah, das hätten wir ja gesehen. First to all the safe, I don't know the codes for it. You don't know the codes, then we can't... You don't know the codes, then we don't need you, man. Simply and clear. Honestly, I don't have any codes for us. So why are the safe here? We just build up the base. Tell me, why are the safe here? Go, respect me. Go, 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 I'm my fancy man. I don't understand you, man. I'm fucking stupid, I'm fucking stupid. I'm fucking... Fancy. Na, dann fahr ich mal das codeschloss wieder an die Tür dran, wahr? Ein paar Metal-Polls. Was ist das? Why are fancy kids? Wir können ja überdachen, portable generator. Okay. Hat er aufgemacht hier die Boxe oder was? aber so das ist es für den Baumatzen ja ja komm der kommt eh gleich wieder zum Verhandeln ich habe ja jetzt FRAPS gestanden hier sind auch noch zwei Safe sogar krass, ich glaube nur einer Deine Safe ist offen, ja wenn er kommt, auch nicht schießen wir quatschen dann auch nicht wir quatschen dann auch weiter mit dem ach komm, er kam tatsächlich rein und hat es aufgemacht da müssen wir aufpassen, wenn der wirklich einen Safe um er aufmacht, ohne Knarre drin lügt ja, das sehen wir doch sofort wir sind gut aufgeteilt, also der kommt niemals liebend raus wieso kann ich denn jetzt das Door nicht mehr upgraden jetzt im Foot Door darauf muss ich mir erstmal eine Kippe reindrollen ich bin gleich wieder da warum bietet der mir die Upgrade Option nicht an? ah jetzt sehr lecky, der Server 453 ist der neue Code ähm könntest du mir dann äh hm jetzt haben sie total blöd gebaut hier, die Typen natürlich haben sie ein blöd gebaut voll behemmert voll behemmert upgrade large woodwall upgrade large woodwall unable to upgrade plotpoll nearby hast du ein neues plotpoll gebaut? ja natürlich nichts kann man ja nicht bauen warte, komm her hä hä, ich will ja nichts bauen ich will ja nichts bauen ich will ja nichts bauen, guck nochmal komm mal, komm mal die Teile was da drinnen sind fliegt fliegt ich die Option nicht bei mir ist ultra lecky das ist schon klar rfc vergessen oh Mr.Trader gell so dass wir hier na ehrregen nö wird alles gut gehen oh mein Gott ey bleib mal kurz ne Minute ruhig stehen hier ist wieder einer mit dem Fallschirm ja 10 warte noch nicht schießen ich will den noch um die Chance geben ah, Swifty muss teilen ja der ist hier direkt im Baum das ist nicht Swifty doch doch, das war Swifty der war schon immer am Fallschirm dran konnte man die Starland Sheet von außen irgendwie looten oder warum ist die komplett leer? nee, das ist leer einfach hier ist ein Wolf der hat eine Wolfgang steht drin haha was ist das jetzt gemacht? neiii hast du irgendwas am Mann was wir brauchen? ja ja mach mal auf die Tür ich geh schnell raus warte lass den selber sich wo wo warst du denn? direkt hinter Maus ja aber wenn nicht dass der andere kommt und hier ich hatte nur einen Revolver ach so, na dann ach so, na dann mach ich nicht auf du musst das bleiben ich schmeiß mich weg ey so viel Scheiße bei Spearlet bekommen kann ich nachher gut schlafen in der Werkzeug kann aber hier niemanden als Friendly taggen ich sag mal ich hab zu spät Fraps angemacht aber trotzdem lass dem nix abfacken ehrlich aber wir haben jetzt ein bisschen unseren Spaß na klar ich weiß wie viel Arbeit das ist ich weiß wie viel Arbeit das ist ich will die Base übernehmen ach quatsch wir bleiben hier doch nicht richtig die Position ist blöd haben wir jetzt ein bisschen unseren Spaß na klar auch ein bisschen gut ist ok dann nehm ich mir mal das Mg-Nest mit bau da da oben hin auf dem Dach ja nein da stellen wir nachher an die Mi 17 in die Mi 17 dass er kaputt geht noch ein Restort ja genau nix kaputt machen nur ein bisschen Spaß haben ne komm boh das hier oben hin ey kann ich damit überhaupt nach unten ziehen mit dem Mg-Nest? nein ey so wichtig ist nach da ok wenn wir nachher weg sind und er sich ausräumen sollte dann machen wir eine Wand weg und hauen ab da ja ja einfach den Code-Lock rausnehmen oder so genau und das also der SUV ist gut gefüllt 137 von 200 Weapons 0 von 50 Backpacks 0 von 10 also sind da volle Waffen heftig ne keine Waffen aber jede Menge Magazine scheiß weg schwifftiii wuuhu hey listen guys listen guys have you left ja ok we listen man we won't shoot me ok we won't shoot you man ah well ok i just spoke to my friend oh ok from the sky he gave me one code one safe he wouldn't give me anything for but ah this is all that he gave me and a car he said because i've been gathering this for ages not me not me but him and he was really pissed off but it would be really really good if you would give me back my stuff drop your weapon drop your hatchet and then we can talk man simply and clear nice nice hatchet please drop your hatchet nice you can open it do it i see it ok i have my visir come in buddy hey man look here look here look here look here look here hey i listen i listen man it's open yeah not the uh the code is for this safe if you try anything stupid man no well i won't because i don't have anything yeah you can take a weapon from the safe and stuff like that but just open it and we look what we can need and then we will leave ok we won't destroy anything if you don't bring us to destroy anything ok ok the code is 8107 8107 8107 8107 8107 8107 but he asked me if you can leave if you can leave the mk17 whatever it is mk17 no problem no problem and what is what about the other safe man it's i don't know what's in the other safe honestly honestly i'm just i'm just you know i'm new here in epoch ok i've been blind i've been blind and what is there so inside i can't open it i don't get the menu i try to do it ok this is my friend's base oh haha haha and i broke the two more out holy shit but don't forget that your friend's table is yes i've been unlocked now not everyone here mk17 sniper is no 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 haha may men i no past holst survey jeffi jeffi yeah exactly jetzt plötzlich hier drei Leute einloggen you have children yes I do but yes yes I do guck mal was ich für nette Knaller cool irgendwas drin was man brauchen kann so are you satisfied okay buddy what is about the SUV we you know we are very old and now we can't walk this whole way okay we need a car man yeah he's got it by himself he puts everything in that safe the other safe is building stuff okay I give you a little tip okay this base it's not very intelligent to build because people walk over here to get to the clan you know and you know you you saw it you were in the base and we we get you okay we are in here so think about some stuff to do and now okay watch yourself I wasn't building the base okay god I have a nice DMR my friends no okay you have a nice DMR yeah I know so can I have the base back because my friend will kill me honestly I think you can have your base back man I really think you were cooperated okay you did what we said okay 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 give me a minute I talk to my team okay okay I will talk to my team okay 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 we are going to do this we are going to do this and just go and go and go and go okay we are going to take the next base yeah although everyone is going to take a bit a bit we have two SD-waffens, pistol, M4 and a backpack ??? as well listen okay we're going to go open the bar we have to crash lol try , please after it hands up put all the IDs you are going to take that fuck well I think I think I have when all I need to carry Ace and then also so ein schöpfer des meins ist das spiel ja wir spielen doch hier eh nicht warum sollen wir das wegnehmen es aber schlecht bald jetzt die mod wollt ihr euch jetzt alle ausloggen hier oder was nee mach die Tür auf nimm den Lock raus ich nehme die AK hier weg weil die eh nix wert ist hier ist auf dem Truck bau den Lock ab, bau den Plattpol ab rückwürgern und rückwürgern er weiß es vielleicht ich bin der Probe auf der Wand wo es wird als würde in ziel über alle die Dörfer reichend die Lockbox nicht mehr als den Jungen vor allem erreich ernein sei für den Quatsch der Träger hatte alle Nummern wird dass die Basie mit Leine geklärt oder jetzt müssen wir uns alle hier so notieren und neben der Reihe steinern dann kann er uns alle wegfischen damit dann damit ein gutes Gefühl hat oder ich hab mir eine SVT genommen weil er recht viel hat ich hab die AKP es ohne genommen der anderen Zähler hat er nicht aufgemacht er hat für das Zoom dann MK Mod oder was? Jo was sind die hier? ach wat ok komm wir wollen ab habt ihr alles? dann kommen Sachen gegen ich hab alles tat mir jetzt schon weh die DMR da so liegen zu lassen ja bist doch selber schuld mach den Code lock ab kann man das ja selber abmachen dabei ist doch der Code nicht ja es ist gleich restart ich hab die Option nicht mach wer anders den Code ab 453 nein nein der ist schon wieder zurück oder? der aeimt da hier gesund buddy ja ja wie ist das? wie ist das? ja ich bin das mit einem neuen ok we will leave you can have your stop back I just take an AK we take an SVD you can take your whole base ok? wir geben den Code go to your base we give you the code for the Code lock and everything is cool 4-5-3 wait du brauchst nicht ist doch hier ok der Code ist aber wo hast du mich töten man? nur 4-5-3 4-5-3 4-5-3 4-5-3 buddy ok und was ist deine base wir haben nicht wir haben nicht nichts von Wert ok? wir gehen mal zum Trader guck good bye buddy ok bye have a nice life bye bye he 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 der Homo abzufilmt ey